Und Leute, es geht wieder zurück mit einem neuen Fortnite-Video am Start, heute mit der neuen Season, und zwar Season Schnellsuche. Mit Maxus, sag mal hi. Gien Dabri. Genau. Ne, genau. Weißt du, wenn wir schon hier die geilen Fortnite haben, dann brauchen wir unbedingt... Okay, mach ich mal rein. Nein, du lässt das übersteuert reinschneiden. Und dann schneidest du das rein, was ich jetzt sage, damit ich dich so asozial wirke und dich alle deabonnieren. Alle, sogar ich deabonniere dich dann. Ich hab nur drei Abonnenten, Junge. Jetzt sind es vier Bildsmeer und die wirst du alle verlieren. Ah, so ein Scheiß. Oh nein, nicht meine drei Freunde, die ich habe. Ich hab doch nur drei Freunde. Ich hab doch nur drei Freunde. Deutsch ist am Stizzle, Alter. Ich hab doch nur drei Freunde. Wie soll ich da oben hier leben? Oh nein. Zurück in die... Maus, was machst du da? Ulrichs, geh wieder zurück in die Ecke und lass uns ein paar gemeinsame Stunden miteinander haben. Wir haben keine Ulrichs. Äh, Zenyatta. Zenyatta, komm. Ist das eine gute Idee? Instant auf eingenommen. Ehre... Ehre genommen. Leben. Genommen. Genommen hab ich sie, deine Ehre. Die Ehre ist weg. Minus 100 einfach. Kannst du vergessen. Minus 100 Ehre haben die. Ich werde das wahrscheinlich nicht überleben. Hab ich's doch gesagt. Ähm, könntest du hier bitte einnehmen? Ich hab ihn jetzt nicht umsonst gemütet haben. Mann, dieser Reinhardt, das war... Das war... Das war... Das war's. Das war's. Das war's einfach. Das war's. Das war's. Das war's, Joro, wirklich... Komplett. Könntet ihr bitte nicht alle auf mich gehen? Danke. Natürlich gehen wir auf dich. Du bist doch ein Tank, Alter. Das war's, Joro. Ja, ich bin leicht tot. Ja, ich hab immer noch Goldteilung. 3.000. Ich hab... Ich hab jetzt 42 Sekunden Zielfortschutz. Nice. Das ist faszinierend viel. Wow. Ich hab 42 Sekunden noch mal Jackpot. Sehen wir das mal an. 42 Sekunden. Ich hab 30 Sekunden. Ich hab jetzt Silbereliminierungen und Fronze Schaden gegen, äh, mir selbst. Siehst du die beschleunten Zeitung? Ich hab die Klappe. Oh, wir haben ein Seniata, lol. Ist mir gar nicht aufgefallen. Seniata. Wenn er es nicht hinbekommt, mehr als ich zu heilen. Also, wie ich mich selbst heile. Alter, du kannst es auch jedes Mal selber heilen. Lieber! Ob du jetzt im... Wir haben nur... ...Mackdiver. ...imst du oder nicht. Du kannst immer selber heilen. Das ist praktisch. Ja, das ist halt wirklich das Praktische. Wir haben eine Widow-Marker. Und mir gefällt das Ganze. Oh my God! Ich würde jetzt nicht Skill dazu sagen, aber sie hat das Potenzial, nervig zu werden. Das Potenzial, Skill zu haben. Ja, genau das. Bei Widow-Marker hast du die Skill, du hast Potenzial. Die Fre... Ne, das ist der Fall. Ah! Kade! Widow-Marker! Hände, die Hände! Meine Nisi! Hände, die Hände! Hey, Widow! Nein! 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 Okay, dann beende den Part mit einem wunderschönen Irgendwas. Ich habe auch heute gebrakt nebenbei. Und wie war es jetzt in mir? Mein Fuß beschwert sich einfach. Ich bin halt gerade am Twist üben, ne? Und mein Fuß denkt sich so... Ach so, du willst darauf landen? Ja, nein, tu das mal nicht, ne? Brauchst du nicht! Und seitdem habe ich Schmerzen. Ja!